Die Autoindustrie macht gerade einen Riesenwandel durch und für uns ist das super, super interessant, denn von diesem Wandel können wir lernen und können wir profitieren. Und zwar, was passiert gerade? Früher war Autofahren klar, dreckig, schmutzig, aber normal. Jetzt wird natürlich versucht, durch die E-Mobilität dem Ganzen einen grünen Anstrich zu geben. Funktioniert das von jetzt auf gleich? Nein. Wir haben E-Autos jetzt schon mittlerweile seit 12, 13 Jahren, aber nicht ganz Deutschland fährt E. Warum? Weil das ein Lernprozess ist. Es muss Vertrauen aufgebaut werden. Man muss sich mit dieser neuen Technologie und mit diesen neuen Konzepten und Produkten erst mal vertraut machen. Man muss dem Ganzen etwas anvertrauen, man muss das Ganze erst mal verstehen, man muss es lernen. Und was machen wir gerade? Wir setzen aktuell so langsam nicht mehr komplett auf Fitness, sondern wir setzen langsam auf das Thema Gesundheit. Das Thema Gesundheit wird ein neuer Schwerpunkt, sozusagen auch ein neues Produkt für eine etwas andere Zielgruppe. Und wir schaffen eine andere Transformation des Menschen. Das heißt, wir machen die Menschen nicht nur fitter, sodass sie besser aussehen, sondern wir machen sie viel, viel gesünder. Und jetzt haben wir auch selber eine Transformation vor uns. Das heißt, nur weil wir jetzt mit einer gesundheitlichen Werbeanzeige sofort rausgehen, heißt das nicht, dass der Markt da draußen sofort schreit, juhu und hurra. So ist es bei den E-Autos auch nicht. Das bedeutet, das ist ein Weg, den wir vor uns haben. Das ist eine Transformation, die wir gehen müssen. Und wie sollten wir diese gehen? Indem wir dem Kunden Vertrauen geben. Indem wir dem Kunden zeigen, wofür wir stehen. Und den Kunden in seinem Lernprozess sozusagen begleiten, dass er am Ende verstehen wird, was wir können, was wir für einen Nutzen ihm liefern. Und was das für ihn bedeutet und welche Vorteile das hat. Sprich, dass Gesundheit ihm schmerzfreieres Leben liefert. Dass Gesundheit ihm mehr Wohlbefinden liefert. Dass Gesundheit ihm ein längeres Leben liefert. Und dass wir Gesundheit können. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Lernprozess. Das wird Ihnen neue Märkte erschließen, viel Erfolg bringen. Und wir bei Performing Systems werden Sie da begleiten. Durch unseren Content, durch unsere klaren Marketing- und Vertriebsstrategien werden wir diesen Lernprozess befeuern und aus Ihnen eine starke, präsente, gesundheitsorientierte Marke machen. Die stark am Erfolg sein wird, die stark am Kunden sein wird und stark am Markt sein wird. Wenn Sie das wollen und diesen Weg gehen wollen, dann melden Sie sich bei uns. Das sind wir von Performing Systems.